Hallo liebe Fans, ich bin Bruno Spengler. Ich werde euch jetzt gleich ein bisschen von unserer Box zeigen. Als Fahrer stehen wir natürlich öfters im Vordergrund, aber wir würden sich wünschen, dass das Team auch noch mehr im Vordergrund steht. Hier sehen Sie natürlich erstmal die Ingenieurstation, wo über eine lange Zeit analysiert werden und da haben wir auch lange Gespräche. Hier ist Diego, mein Chefmechaniker am Auto und das ist Damien. Wir schauen uns die Daten zusammen und schauen, wo natürlich ich als Fahrer mich noch verbessern kann. Hier vorne haben wir die Boxenstoppstation. Die haben auch sehr viel Druck. So ein ähnlicher Druck, den wir beim Stab haben, haben die Mechaniker hier beim Boxenstopp. Vor Rennen komme ich immer hier, nehme ich meinen Helm, meine Handschuhe, meine Ohrstöpseln. Hier habe ich auch von den Physios was zu essen. Wo ich hier ankomme, da spüre ich immer der große Adrenalinkick und die Nervosität steigt. Das war's erstmal von dem Boxenvisit hier bei uns beim Team BMW Team RBM. Ich hoffe es hat euch gefallen und Sie sehen uns bald. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017